Nein! Ja! Nein! Was ich bin? Ich bin ihr! Hi Leute, ich bin Ava. Willkommen bei. Alles Ava gegen Hutsch, die Isi dabei. Heute schon mal Escaped Inflatable Orbi. Aber erstmal will ich euch noch was zeigen. Und zwar, ich habe jetzt mein eigenes Backbuch. Ich bin so happy. Es hat richtig viele Rezepte. Und die sind auch richtig einfach zu machen. Ich kann es euch richtig da empfehlen. Und es gibt jetzt überall im Handel. Jo, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und nicht vergessen, am Ende machen wir noch 2 Shoutouts. So, hier bist du mit deinem... Ich habe diese Orbi noch nie gespielt. Ich kenne die noch nicht. Okay, keine Sorge. Es ist so eine einfache. Das werden wir schaffen. I hope. Und wir werden ein Wettrennen machen, okay? Ein Wettrennen. Oh Gott, nein. Und du mit deinem Elefantenkostüm. Ich bin ein kleiner, ja. Das sind Regeln. Wir dürfen keine Checkpoints benutzen. Nein, das war ein Witz. Wir dürfen nur nichts kaufen, damit wir irgendwie schneller gehen. Ich habe die. Keine Robacken mehr. Oder Skip Stage. Nichts, wo man was kaufen kann. Okay, machen wir nicht. Okay. Eins. Wartet, wir müssen hier hin, okay? Nebeneinander. Hier so. Eins, zwei, drei. Los! So. Wie habe ich es geschafft? Checkpoint Nummer eins. Wie oft hast du schon gespielt? Nullmal. Ach du? Ich dachte, du hast die schon gespielt. Nee. Gut. So. Ha, 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 ha. Ich bin schon. Ja, 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 ja. Nein. Ja. Schaff. Ich schaff. Schaff. Okay, ich warte schon. Los! So, gut. Das werde ich schaffen. Ich werde es schaffen. Okay, wann ist die überhaupt vorbei? Wie lang geht die? Ah, lang. Echt? Ja, wir werden sie nicht fertig für. Keine Sorge. Und nein, du bist schon fast da. Okay, gut. Warte. Okay, gut. Ja, wir reden mal so mit sie. Und wie war dein Tag? Gut, und dein. Nein, nein. Ich bin von der Schule gekommen. Nein! Ja! Nein! Wo ist es? Ich bin. Okay, gut. Wie war dein Tag heute? Ich musste heute drei Stunden Auto fahren, um zu dir zu kommen, Eva. Das war nicht angenehm. Okay, ja, aber dafür, hm, was ist heute bei mir schlecht passiert? Ja. Nichts. War einfach. Mein Gott, du bist schon bloß weinig. Ich hab den Tag schnell. Wo bist denn du? Ich bin doch hier hinten. Oh! Boah, ich bin immer so leise, wenn ich eine Orbi spiele. Ich nicht. Ich muss dann immer rumblabbern. Echt? Ja. Gar nicht. So, gut. Jetzt bin ich so 50 Stages hinter dir. Kleinverstehen. Ich dachte mir immer, nein! Weiß, aber ein Wettring. Hä? Warte, warum bin ich erst hier? Eva? Ja? Warum bin ich erst hier? Hast du vielleicht erst einen Checkpoints gemacht? Nein, hab ich nicht. Wo bist du? Oh, du bist... Hä? Wo bist du? Ich bin hier. Ah. Hä? Oh, oh, oh. Aber ich hab die Checkpoints mitgenommen. Oh, ich kann auf dich warten. Ich warte, bis du zum Stockeldingspunkt kommst. Wo? Ich geh in die falsche Richtung. Ich warte, bis zum Stockeldingspunkt. So lang warte ich. So was? Du weißt doch, dass so die Stöcke sind. Wo man so drüber laufen muss. Oh! Ja? Da, wo ich da und sterbe. Wie das klingt? Ich seh dich auf... Ah, da, ich seh dich. Hallo! Ich bin gleich da. Ich brauch mich so. Siehst du mich, Herr Loh? Ja, ich seh dich. Warte, ich... Wo bist du? Ah. Also. Wie war euer Tag denn? Mein Tag war so. Ich bin aufgestanden. Ich hab erstmal gefühlt eine Stunde normal geschlafen. Äh... Oh, eine Stunde? Ja, so gefühlt, weißt du? Ah, ja. Ja. Dann bin ich nach Hause gekommen. Ja, hab meine Hausaufgaben gemacht. Und vielleicht hatte ich nur ein Nisch auf. Wie? Ja, ähm... Und dann hab ich so gewartet... Bis ich komm. Ja, und dann... Ja. Ihr müsst wissen, ich bin fast eine Stunde zu spät gekommen. Ja. Aber wir sind doch irgendwo durch irgend so ein kleines nebliges Dorf. Keine Ahnung, was es waren. Okay, okay. Das war not so schön. Not nice. Okay. Yes, yes. Ich bin weiter, weil ich mal vergessen lasse Checkmonte machen oder so. Ich bin bei diesen Badeenten. Oder Flamingos, keine Ahnung. Ich weiß nur diesen... Flamingos. So. Und bam. Dort machen wir sie auf die Liebesarbeit hinten. Geh ich schon wieder in die Falsche? Ich geh immer in die falsche Richtung. Wow. Warte, ich geh mal über die Delfine. Wow, guck mal. So, wow. Ich kann grad nicht schauen. Okay. Du bist erst da? Ja. Erst bei diesen... Erst bei dieser Pferde. Ja, weil ich doch keinen Checkpoint mitgenommen habe. Das ist meine. Okay, gut. Ich warte hier auf dich. Mann. Das ist Doppeltanz. Ich nehme schon mal den anderen. Okay, gut. So lange werde ich mal eine Runde tanzen. Tanzen? Ja. Hier bin ich. Tanze mal eine Runde. Ja. Oh, ich sehe dich schon. Siehst du mich tanzen? Nee. Warte, ich tanze jetzt nochmal. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist alles okay. Oh nein. Ja, alles okay. Nein. Oh nein. Wenigstens hast du einen Checkpoint. Ja, das ist Hobby hier, ne? Ja. Oh, wir sind Delfinen. Ich nenne sich die Animationsdelfine. Okay, jetzt muss ich schnell weiter. So, ich habe genug getanzt. Du hast genug getanzt. Ja. Du weißt jetzt weiter. Jetzt muss ich... Good, good, good. Du bist ein Level hinter mir. Ein Level. Was muss man hier machen? Laufen? Muss man einfach hüpfen und laufen und Sachen machen. Hier, oh nein. Da werde ich... Da werde ich sterben. Okay, gut. Jetzt muss ich mich richtig da konzentrieren. Stimm mal in die Kommentare. Ah, ich habe es geschafft. Yay. Was sollen sie in die Kommentare... Ich wollte gerade sagen, stimm mal in die Kommentare auf, ob ich es schaffen werde oder nicht. Und dann habe ich es geschafft. Das war eigentlich so ganz süß. Der für das nächste wirst du mögen. Oder auch nicht. Oh nein. So, oder auch nicht. Wer weiß. Oh nein, diese Korallen. Ja, nein. Bin ich bei dir. Korallen. So, diese Korallen mag ich nicht. Oh, ich bin gerade wieder gestorben. Hä? Da war eine Mauer. Warte auf mich. Warte auf mich. Bist du tot? Nein, ich bin nicht hier. Ich habe auch auf dich gewartet. Hey, jetzt geht's. Ganz komisch. Egal, warte mal. So. Da, 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 da. Ah, warte, jetzt kannst du wieder, gell? Ja. Bei mir backt es immer. Schreib mal in die Kommentare, ob sie vielleicht auch immer so backen. Ja. Bei mir nicht. Sind deine Kommentare? Gehen deine Kommentare? Vielleicht. Wenn sie gehen, dann schreib mal. Schreib mal. Manchmal gehen sie manchmal. Yay. Ich nenne das hier Land des Frosches. Was? Ach, du hast die schon mal gespielt. Nein. Ja, ja, ja. So, geht weiter. Schnell, schnell, schnell. Ich tanze noch mal eine Runde. So, gut. Ihr tanzt jetzt noch mal so ein bisschen. Oh, da bist du schon. Oh nein, die bin runtergefallen. Ah, das ist von mir. Das nenne ich jetzt Eiscreme Villa. Was? Warum Eiscreme? Weil, warum bin ich? Ha. Wieder überholt. Eiscreme Villa, weil ich gerade Eiscreme essen will. Warum bin ich hier? Okay, egal, 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 egal. Also, mein Kacktuschen ist voll im Hinter... Das heißt aber nicht Kacktuschen. Das heißt jetzt Kacktien. Wie das heißt, das soll so. Geht da jetzt nicht. Das ist not right. Haha, ich hab's. Wie kann man denn im Prinzip hier über so kleine Schiffe an Papier laufen? Oh, nee, schnell, 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 schnell. Oh, ja. Wow. Das sieht jetzt auch wie Pfannkuchen. End des Pfannkuchens. Pancakes. Yay. Was mögt ihr mehr? Waffen oder Pfannkuchen? Ich eher... Was, was, was? Was magst du mehr? Waffen oder Pfannkuchen? Waffen. Nee, Pfannkuchen. Oder Waffen. Nee, Pfannkuchen. Oh nein, die bin runtergefallen. Ich hab gewonnen. Nein. Doch. Nein. 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 Hi. Warte, warte, ich komme. Hi, Evo. Ich komme. Hallo. Hallo. So, wir werden ja schon mal die Shoutouts machen. So, mal schauen. Erste Shoutout geht an... Schaut euch an Sienna. Hallihallo. Muah. Schaut euch an Dori. Hallihallo. Muah. So Leute, wir hoffen euch auf der Video gefallen. Wir lassen uns dann noch oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.